Nein, mittlerweile. Den beim Baum hab ich. Ein Supporter deines Vertrauens, den Messer ich mal. Krieg mal ein paar Ammo hier. Hier ist jemand, Hilfe. Ja, ich bin da unten. Ich werde wieder belebt. Ich versuch dich wieder zu beleben, aber irgendwie ist das ansprechbar. Ja, ist gut, das war... Du hast ihn gekillt, nice. Das war der Typ direkt vor mir, perfekt. Oh, nice. Das wird's jetzt sein. Das wird's sein. Nice. Das wird's jetzt sein. Oh, lol, der liegt neben mir. Was denn hier ist? Was? Alter, das kann nicht wahr sein. Ey, der lag neben mir, ich hab's nicht bemerkt. Ich hab's zu spät gemerkt. Ich lag schon eine Viertel Sekunde am Stein, wie kriegst du mich? Battlefield 3, Battlefield 3. Wow. Wow. Ja, stimmt, stimmt. Okay, nice. Wo diese Zeitungen sind, auf dem Stapel da. Ich hab jetzt nicht wieder smoked. Ich hoffe, du umlebst das. Ja, mach ich schon. Boah, noch smoke kill. Was heißt das? Ich glaub, du bist hier der neue Super-Aimer hier. Haha, wie axt! Oh nein. Hab ihn. Oh Gott. Okay, das Maxxon hat richtig spannend. Noch einer, komm. Ja, ich... Du warst zu am Feiern, du. Ich hab schon die Hände in den Luft gehabt. So, weißt du, so. Oh, da kommt der hin rüber. 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 ich bin links halbwegs vorwärts viele Was ist das? Wir haben zwei, irgendwie noch einer, den ich gerade nicht abnachhalte. Das ist die Chance, wie viele Minuten bei dir? Das sind zwei um die Ecke, wenn du bei mir spawnst. Komm. Genau. Ah, schade. Ich wollte das scheiß Beacon erstellen. Ah, Mann. Aber steht noch. Wenn ich innerlich darüber aufgeregt habe, dass ich es halt nicht hinplatzieren wollte, ist immer blöd, wenn es nicht geht. Vor allem, weil man eigentlich weiß, es müsste gehen. Aber gut. Ja, ja, ja. Mann. Durchkommen. Das ist so einfach. Oh, wie gesagt, haben die die genau auf. Aber das ist halt, was ich auch nicht vermisse. Ja. 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 Oh, die werden reviviert am Ticket. Achso, okay. Nein. Sisten kannst du ja hier nicht, ne? Hä? Wie meint ihr das? Ich meine rüber wieder, rüber wechseln, geht nicht. Achso, achso, das meint du. Na ja, ich bin doch am Leben gerade. Muss probieren. Das Ding wird bestimmt wieder rum, rumgemeckert werden. Ja, bestimmt. Ich würde sagen, darfst das Team nicht so oft wechseln. Ja, bestimmt.